ja herzlich willkommen zurück zu quid ja auch wenn es nur kurze folgen sind kann ich nichts für wenn es leider nur so kurze rennen sind dann probieren wir es jetzt mit dem nächsten event so fahren wir den hier so gut auf geht's hier sind wir nun mit der ersten runde was denkst du ich denke dass die fahrer einen weiten weg hinter sich haben und ich meine nicht die anreise sondern wie sie sich ihren platz hier verdienen mussten jetzt erinnern wir ein bisschen verkackte und gerechtfertigte zeitstrafe ich habe ja klar weggedrängt wurde aber das ist jetzt egal wer hat uns haben und gehen wir da vorne dran vorsicht du hast dieses auto einmal zu oft gehabt so ich bin noch nicht rein in diese lücke zweite runde so wenn sie sich 20 davon ermitteln ich kann jetzt noch mal zu kommen so hey der lässt mich nicht vorbei der kollege zwei fallen schon vorbei und dann da kann man da kann ich nicht vorbei schön gekontert so und ich muss jetzt ein bisschen alles geben letzte runde kämpft dich durch da lässt du nicht an seinen zukollegen rein jetzt hab ich schon getan auf P5 aber ich will wenigstens auf drei Reifen weiss Scheiße, quersteher. Was? Und dann noch 5. Scheiße, ey. Scheiße, da sind wir nicht rangekommen. Sehr viel Zeit verloren, lange. Scheiße, ey. Ach, Mann, ey. Das ist eigentlich gerade. Ich bin so schön vorbeigekommen, noch gerne. Also, wir haben noch Zeit. Nächste Rennen. Drei Rennen. Genossen das Gesamt, glaube ich. Für das heutige Event sind wir in Shenzhen. Das Feld macht sich bereit. Auf geht's. Das wird ja auch ein Ding, Kollege ist keinmal so ein Verlag von Mutan. Da hängt eher lieber am Ende des Feldes rum. Aber das ist auch nicht so, dass ich mit dem Gastgeber mal wieder zurückkehren. Kämpfen können. Hubi, da ist... So, wir kämpfen, schön, dass es mir... Wie soll ich mir das Platz überholen? Okay, bleib lieber auf Abstand, damit die Lage wieder beruhigt. Ich fülle noch. Sechste. Gutes Tempo. Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Ich fülle noch ein bisschen weg. jetzt gerade aber ich habe mir vor dass wir ein bisschen zu weit aufgelassen letzte runde versuchte die pol zu schnappen da war es um du aufpassen ist keine ja ich bin auch so weit Vor der Zukunft haben wir eine Kasse. Ja, passt. Gut, ich habe dann noch ein Rennen jetzt von uns. Ja, Wokutama, acht kurz. Ja, das Rennen, was ich so gerne habe. Naja. Tja. Ah, wir sind Vierter. Schön weit vorne. Das heißt, sie könnten wir jetzt noch hier plötzlich alles reißen. Kapi. Da muss ich voll auf die Eisenlehne sagen. Ich sage mal, ich nehme nicht rein, würde ich sagen. Ach, das Rennen ist nicht so lange, okay. Das ist sicher, das Rennen. Ja, ich komme mal hier vorbei, da vorne. Jetzt kannst du mir weiterzunehmen, jetzt hat er mich zu weit aufgelassen. Ja. Hab ihn. Ja. 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 Hier ist keiner mit dem Zeitschaf vorhin. Jawohl! So, dann haben wir das auch. So, klare schnellste Zeit. So, klare schnellste Zeit. So, klare schnellste Zeit. So, klare schnellste Zeit. Und dann geht's morgen weiter. Gut in mir. So, klare. So, klare. So, klare. So, klare. So, klare. So, klare. So, klare.